yo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir lpfreerider 16 ja ich spiele schlechster fidget heute ist der 25 der zehnte und es ist ich finde irgendwie also für mich finde ich das event also für bilder ist das auf jeden fall sinnlos moment dass ich auch etwas höre gut also ich mache heute mal wieder alle server durch wenn es euch gefällt darum mache ich hier ein wenig schneller beim und ja ich habe ihn geschafft ich weiß nicht vor kann ich weiß es echt nicht momentan sehr viel um die ohren darum weiß ich jetzt nicht ob ich den gegner da wo ich so lange herum gehangen bin mit euch gemacht habe oder alleine darum ja ich habe ihn auf jeden fall geschafft und er geht sogar noch bis heute okay dann lasst uns keine zeit verlieren den greifen wir an vielleicht schaffen wir ein wenig aber egal zehn server wenn ich da pro zwei minuten sind wieder 20 minuten darum muss ich ein wenig henne machen henne henne hier gegen ein magier leichte spiel leichte spiel gegen maliziöse martha fast ein viertel abgezogen morgen also morgen 77 prozent fast ein viertel drei vier tage beim ist er da um dann probiere ich gleich mal den hier immer noch lill john oder lill john turm betreten hoffentlich habt ihr euch trotz des etwas irreführenden spitznamen angemessen vorbereitet ja das ist ein krieger da müsste einfach bertram mehr zeigen wenn ich kann da nicht so viel ausrichten und natürlich auch die kunigunde müsst was reißen waffen land waren wir zauber land waren wir dann schon waren wir ehrenhalle machen wir einen kampf gegen den magier irgendwo vielleicht am besten ein der wo sehr gut hier ist gewonnen cool ja dann gehen wir rüber zu s 8 rein mit dir waffen land verkaufen zauber land meine ich ah ja endlich in den glückstrang rein mit dir 50 prozent so gefällt mir das ähm gilder was sagt die gilde betreten ja der letzte kampf werde ich jetzt nicht herzeigen weil okay doch muss ich dann auf s 19 auch noch machen zu mir vor aber ich habe mich gar nicht gemeldet sehr nice haha hier habe ich auch nicht gemeldet aber doch doch what the fuck gemeldet egal er noch alle kampf gegen den krieger war nicht ach so okay habe ich habe ich wort gegen wen gegen saufbruder duck oder duck leider nicht geschafft ja dann schon probieren wir gleich mal gegen saufbruder duck oder duck leider nicht geschafft egal weiter s 32 s 33 oh und s 34 hier sind wir fast mit dem spiegel voll auf s 32 aber auch noch fast da brauchen wir krieger items naja dann was hier weg krieger 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 items gibt es nicht hier habe ich auch nichts gefunden spiegel da fehlen 1 2 3 4 teile da fehlen noch auf jeden fall mehr ich schätze mal 5 beziehungsweise 6 oh haue ich eins rein 1 2 3 4 5 5 schätze ich jetzt mal grob ich weiß es nicht so genau genau da habe ich einen flügeldrang gefunden ohne äh pilze sonst hätte ich ihn ja nicht genommen den haue ich auch rein einfach nur so ich weiß schon dass es ein magier ist huiuiui Moment schauen wieviel der kostet sehr gut rein mit dir das kann ich noch nicht ach schade ich meine immer wegen s 19 oder oh rate von mir aus sammelalbum auf das schaue ich eigentlich genau gar nicht ich habe es nur reingekloppt wegen mehr platz hier und hier auf s 34 gilde bam nicht gemeldet oh ja post ja ähm waffenland schauen s 34 auch bei dem hier geschick 99 und sogar eine fette Rüstung sehr gut sauberland zwar nichts aber geschick 100 ne außer für 600 ich habe ja genug geld zu 121.000 das kaufe ich mir ja dann machen wir erstmal den vergleich s 32 haben wir stufe 57 also fast 58 hier auf s 33 bin ich stufe 62 anfangen und hier stufe 58 ein viertel grob geschätzt sage ich jetzt mal ja das noch kurz verkaufen die dungeons mache ich auf jeden fall mal zum schluss s 22 gehe ich rüber bin ich auf stufe 146 da kann ich jetzt in die taverne reingehen ich glaube ich habe schon was reingeworfen soweit ich weiß glück vielleicht geht es ja zu intelligenz nein aber für gut aber ich habe noch nicht den die dann spät hier haben wir etwas mit intelligenz auf jeden fall habe ich die ganzen trinke hier ja gilt er was sagt sie schauen wir uns den letzten kampf an gewonnen na klar na klar hier da fehlt mein intelligenztank ah den muss ich jetzt rein buttern ja dann schon ich habe genug bild mal sehen jetzt kommt entweder dungeon 8 ok so wer bin ich sogar noch gar nicht dungeon 8 etage 8 mal schauen ich habe hier dungeon 8 etage 8 ist ein kundschafter der stufe 180 und hier bin ich auch etage 8 beim 9 ne 178 kundschafter also hier 100 also muss rein theoretisch der hier der nächste sein aber kundschafter und meine intelligenz da muss ich ja geschickt geschickt rauf prügeln weil hier habe ich ja 9 millionen oder ja 9 millionen boah sorry kurz den schluck nehmen aber normalerweise müsste ich den locker schaffen also da mache ich jetzt bis circa 9 millionen hauptsache geschick rauf obwohl glück wäre auch nicht so verkehrt ja aber lieber geschickt 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 vielleicht ein wenig intelligenz dann ausdauer ein wenig und auf circa 35 prozent würde ich jetzt mal glück rauf katapultieren ist ja nicht so viel haha ja der ton müsste dann auf jeden fall mal bei Minecraft müsste er passen hier bin ich gerade noch am bisschen rumprobieren aber das sage ich hier das video aber es ist echt so ich will einfach gute einstellungen haben ja normalerweise müsste ich den schaffen alle attribute 166 ach geh rein rein mit dir rein zauberlädchen hier normalerweise müsste ich mit meinem level die dungeons hier wegradieren normalerweise yes und wer kommt jetzt magier 185 und hier magier 190 also kommt jetzt 8 9 auch geschafft auch geschafft auch geschafft dann die benji benji geschafft sogar mit nem epic rein mit dir du bumpen tier bam und wer kommt jetzt spiegelbild zum schluss und jetzt kommen wir zur mordmaschine mordmaschine ist ein was für ein gegner magier stufe 200 müssen wir auch schaffen auf jeden fall ja und Halloween epic das habe ich glaube ich noch nie gehabt kürbiskopf wer sich als kinderschreck verkleidet den monstern ihre tour verleidet ok jetzt nochmal irgendwie flüssig wer sich als kinderschreck verkleidet den monstern ihre tour verleidet jetzt rein mit dir zauberladen kaufen kürbis 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 damit irgendwie die spannung 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 die pyramide des wahnsinns etage 10 von 10 an der spitze der pyramide steht ein spiegel doch plötzlich tritt dein spiegelbild heraus und greift dich an bist du jetzt völlig durchgedreht oder kannst du dich selbst noch besiegen angriff bäm 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 er krittet mich er krittet schon wieder er krittet mich aber das sieht man natürlich genau und ich schlage mich und was bekomme ich als letztes epic ein glücksepik letzte epic vom dungeon ist ein glücksepik eieiei ok da bekomme ich 50 150 dazu sind wir auf 4 25 dann noch 1 yes gefällt mir und jetzt sind wir hier bei die festung macht rein äußerlich ein soliden eindruck und hier leberner lebkuchenmann durm betreten pschu 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 ja freut mich mit stufe 105 oder 6 auf 444 glaube ich habe hier angefangen und habe alle down gemacht sehr gut sogar nicht so viele bilds ausgegeben ich glaube 7 oder war ich auf 21 gefällt mir auf jeden fall dann gehen wir weiter zu s23 bin ich stufe 111 rein mit dir genau die schuhe habe ich von der toilette bekommen hier das habe ich aber nicht im video aufgenommen weil ich keine zeit hatte beziehungsweise nicht nur wegen einer klospielung das aufnehmen zauberland zauberland ach ach schade aber ich habe schon einen hier ah ne den nicht aber den hier ach wir machen wir drache des gift infizierte braunbär gegen infizierte braunbär schaffen wir leider kein epic aber das ist egal gilder gilder was sagt die gilder super die ich glaube die lässt sich die gilt lässt sich langsam auf egal ich bin dabei ich kriege meinen bonus mehr will ich ja nicht und sonst tue mir eine andere gut hier sind wir fertig hier haben wir nachgesehen gut hier 111 super zahl s14 bin ich stufe 100 1 3 2 nicht 1 2 3 sondern 1 3 2 die hau ich mal rein die habe ich von der random quest für die toilette waffeln da bei der toilettenspielung habe ich übrigens nichts bekommen geschickt 288 ja wow ohne rüstung auch noch bombe geschickt nein lass ich leben meine halloween epic drin glück 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 zauberland gilde sehr gut letzten kampf kurz anschauen habe ich mich gemeldet oder war überhaupt einer weiter zu mir ach egal gemeldet habe ich mich jetzt dann schon probieren wir den hier magma gigant ist eine stärke gegner oder gegen geschickt ja locker geschafft und rein mit dir egal hauptsache epic 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 bei bin ich fast auf full epic 1 2 3 4 sachen und wie viel habe ich an 5 also doch noch ein kleines stück zu full epic aber ja s18 bin ich glaube ich ein wenig drunter habe aber hier keine ahnung wollte was ich jetzt gerade sagen wollte kauf ich die waffe für die toilette auch stärke 2 glück ist immer gut rein mit dir verkaufen rein mit dir verkaufen stärke 2 9 ne dann hier oh ich kann spülen und und ja leider kein epic aber egal dungeon ah ok den muss ich schlagen ja nein die kann ich auch nicht rein tun obwohl die ist echt spannend ist auch mies ne doch ist ein gutes item für die toilette aber mei knochen zertrümmerer der rohen gewalt eine präzisionswaffe anspruchsvoll in ihrer handhabung ok ach egal ein bild ausgegeben das passt schon so oder könnte ich rein theoretisch mal ein von 15.000 angreffer vielleicht bekomme ich ja irgendwie ah ne doch nicht egal weiter zu s24 hier bin ich stufe 76 oh noch ein spiegelteil geschickt boah und die spannende ist super zauberland ich war hier gerade im offenan bin ich doof 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 glück ausdauer glück kurz verzaubern gehen charakter trinke habe ich alle drinnen gut und gilt aber sagt sie habe aber auch 500 bürze ok dungeon jetzt müsste ich schauen jetzt müsste ich schauen 2 10 moment 2 10 ist hier hinten 2 10 oder 3 1 wo ist 3 1 3 1 ist hier vorne oder oder ich wollte so durchgehen geschafft epic ich weiß gar nicht ob das so gut ist weil ich habe ja keins 80 80 6 ok hauen wir einfach das mal rein aber ich weiß gar nicht ob das so gut ist naja kanal hatte werde ich auf jeden fall auch mal angreifen die ich locker schaffe dann nochmal die hier gut aber und noch zwei greife ich noch zwei an den hier oder bis das inventar voll ist so die greife ich auch mal an stufe 72 und was ist das jetzt für 1 2 3 5 2 5 2 kommt ganz zum schluss dafür lieber noch mal hier die terror tarant lan gut aber jetzt reicht's weil jetzt habe ich genug blitze ausgegeben für die dungeon mache ich lieber im video in die free tries so zu guter letzt gehen wir zu den s 32 bis 34 selber jetzt sind wir bei 2 8 naja zuerst 3 5 3 5 kommt als erstes den haben wir geschafft bei s 32 haben wir 3 5 3 5 aber kein epic s 33 haben wir 2 9 3 6 der kommt auf jeden fall davor oder 4 3 wo ist 4 3 also vorher kommt 3 6 oder 5 1 3 5 haben wir 2 8 haben wir 4 2 haben wir 3 6 kommt jetzt ok und geschuft alle attribute 58 ja das gefällt mir ist zwar nicht so gut weil ich muss mich an hier richten weil das ist ja sehr schlecht echt schlecht aber wieder ring der bosheit wer damit etwas gutes tut den beiß das ringlein voller wut ich wäre dafür dass man hier das den also wer damit etwas gutes tut jetzt den würde ich klein schreiben weil das ist ja kein satz anfangen aber das sind kleinigkeiten ja moment 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 wo war ich jetzt bei 3 6 3 6 hier ja jetzt s 34 s 34 ja muss ich weg streichen nicht dass ich bei der liste weiter schauen kann jetzt komme ich zu s 34 ich 2 7 wo ist 2 7 2 7 ist hier ganz vorne muss ich jetzt 2 7 mal machen ok da muss ich auf jeden fall aufholen 35 3 4 sich auch hier vorne da habe ich jetzt 1 auf jeden fall ah cool moment cool hier runter gefangen ups jetzt war ich bei 3 4 3 4 ist ja jetzt moment 3 4 ja und war hier vorne 2 6 oder na 2 7 2 7 moment hier drüben 2 7 na 2 6 nein 2 6 nein weil wir kommen jetzt zu 2 7 dann war 2 7 auch nein weil das wüsste ich nämlich gut jetzt sehen wir 2 8 2 8 ist hier unten 2 bevor 2 8 kommt 3 5 und was haben wir hier 4 2 kommt dann und 3 6 und wo ist 1 10 äh 5 1 5 1 kommt ganz zum schluss ok da sind wir eigentlich so gut 4 1 haben wir 4 1 schon 4 1 haben wir ist komisch und 3 5 und 2 8 ok jetzt kommt dann 3 5 3 5 machen wir noch was ist das für eine geschafft aber 3 5 ist nein nein gut da sind wir ja fast überall gleich auf wieder jetzt fällt nur noch der 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 und der dann sind wir überall gleich ja aber kann natürlich bei s 33 nicht so an dem maßstab hernehmen weil da sind wir 4 level höher aber trotzdem da haben wir auf jeden fall 1 bekommen habe ich das eingetragen bei 3 6 glaube ich 1 1 bei 3 4 dafür habe ich auf jeden fall eingetragen sehr gut rein mit dir waffen laden server laden verkaufen verkaufen ja ja leute diesmal waren es wieder alle server und es ist einiges weitergegangen und ich hoffe es hat euch gefallen und ja natürlich hoffe ich wir sehen uns einfach bei einem weiteren video euer lpfreerider16 ciao